Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian Sims Ero und schön, dass du bzw. ihr wieder mit am Stösel seid. Leute, wir sind bei Folge 16 unserer Witchcraft Challenge und was war das für ein chaotischer letzter Part letztes Mal? Wir sind einfach dreifach Mama geworden von drei Katzen Drillingen. Crazy! Ich habe in allem gerechnet, aber nicht damit, dass wir irgendwann mal Katzen Lady werden bzw. Katzendame werden. Ihr hattet mir unter die Kommentare geschrieben, dass wir eventuell ein paar Katzen zur Adoption freigeben oder wir sie behalten oder so. Ich kann mich aber so schwer trennen davon. Ich weiß noch nicht genau, was wir genau machen. Aber heute werden wir gar nicht so großartig mit unserer lieben Gwen spielen. Nee, nee, nee. Denn ich habe eine andere Idee und zwar will ich sehr gerne mal schauen, was denn die Cousins der Bruderschaft so gerade macht. Und vielleicht können wir den ein oder anderen davon ja mal noch ein bisschen näher kennenlernen. Und vielleicht können wir Brad auch noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Denn wir wissen ja, in der letzten Folge hat er sich ja mit unserer lieben Gwen abgeknutscht. Und naja, wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie die Herren so leben und was sie überhaupt in Glimmerbrook machen wollen. Es tut mir leid, dass ich wieder zu doll überlichtet bin, aber the sun is shining out und ich will es eigentlich auch gar nicht verhindern, denn ich liebe es gerade, dass die dann erscheinen. Ich hoffe, es ist nicht so doll zu krass, aber yes, I am very, very white. Aber egal, rein ins Video. Viel Spaß damit. Und hier sind wir auch schon bei den Herren der Schöpfung. Hier haben wir ein wunderschönes Haus in Glimmerbrook. Es ist 22... es ist 23.31 Uhr. Brad ist gerade nach Hause gekommen von seinem Treffen mit Gwen, denn er war ja tatsächlich live dabei, wo die Katzen zur Welt gekommen sind. Und ich habe dieses Haus hier platziert. Ein, zwei Leute, die es der Bruderschaft sind schon wieder zurückgeflogen, sagen wir mal so. Aber hier haben wir noch Shane, wir haben Brad, wir haben Nathaniel, wir haben Leander und wir haben Aaron hier noch mit bei uns hier am Stissel. Und wir schauen mal, was der liebe Brad so alles macht. Er hat gerade seine Logikfähigkeit da unten bekommen und er auch. Er spielt gerade ein bisschen Schach. Und ich glaube, dass er noch ein bisschen sehr aufgewühlt ist und er ist auch sehr, sehr glücklich, denn er hat ja seine Gwen oder unsere Gwen ja das allererste Mal geküsst. Er wird das Ganze jetzt, wollte ich sagen, in sein Tagebuch schreiben, aber es tut er nicht ganz, sondern er liest jetzt erst mal was. Und wir können ja mal schauen, wo die anderen sind. Warum siehst du denn hier eigentlich auch aus wie ein Pilot? So, ich hoffe, euch gefällt das Haus. Ich habe das aus der Galerie gedownloadet und habe es aber noch ein bisschen, ein bisschen verschönert, sage ich mal so, beziehungsweise ein bisschen dunkler gestaltet, ein bisschen mysteriöser, so, dass wir schauen können, wie und wann und wo das Ganze hier vor den Schatten geht. So, du könntest hier eigentlich mal für alle ein bisschen was kochen. Du warst Leander gewesen, oder? Ja, wir müssen uns jetzt mal hier ein bisschen Abendessen servieren und du kannst mal einen Grillkäse machen. Mach mal einen Grillkäse hier für alle. Die anderen sind schon schlafen gegangen, oder was ist hier los? Okay, er steht hier. Shane unterhält sich mit Brett sehr gut. Was macht er hier? Er sitzt da und gönnt sich vielleicht Whisky on the Rocks. Leander hat die Kochfähigkeiten erlernt. Und was macht Aaron? Er sitzt hier ganz Gangstermäßig am PC und zocken ist magisch. Natürlich, wir lieben es zu zocken, oder? Ab dafür. Aber wir wollen uns ja ein bisschen mehr um Brett kümmern. Und zwar wollen wir ja ein bisschen mehr rausfinden, was hat die Familie eigentlich so auf sich. Und er probiert mal einen Polizisten witz zu machen. Und Shane wird ihn fragen, du Brett, warum bist du in letzter Zeit eigentlich so oft nicht zu Hause? Ich habe jemandem eine SMS geschrieben, aber obwohl das schon eine Stunde her ist, hat er sich noch nicht gemeldet. Soll ich ihn nochmal schreiben? Ja, vielleicht ist die Nachricht nicht angekommen. Mach das mal. Ab dafür. So. Die Manieren von Aaron erreichen nicht für den Erwerb des Merkmals gute Manieren. Oh no. Shane wird ihn fragen, Brett, was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Du bist irgendwie ganz anders. Und ja, irgendwie wie ausgewechselt. Und du bist gar nicht mehr so wirklich zu Hause. Und er wird ihm erzählen, naja, ich habe da jemanden kennengelernt. Aber ja, sie ist schon sehr toll. Und nun, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Shane wird erzählen, Brett, du weißt, dass wir nicht hergekommen sind, um uns zu verlieben. Wir sind hier, um zu lernen. Und uns ist es untersagt, laut dem Kodex der Bruderschaft, dass wir uns verlieben dürfen oder andere Personen näher an uns heranlassen sollen. Das findet Brett natürlich nicht witzig. Er weiß es, aber er will darüber aber nicht so wirklich das nicht eingestehen und sagt so, hey, ich kann doch auch nicht dafür. Ich habe diese wahnsinns junge Frau kennengelernt und sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und was soll ich denn machen? Und Shane sagt nochmal, nein, wir dürfen es nicht. Du kennst den Kodex unserer Familie. Wir dürfen uns hier nicht verlieben. Das ist das A und O. Wir sind hier, um zu lernen. Hier, um zu lernen und nicht, um uns zu verlieben. Er sagt so, ja, ja, immer diese alte Leier, immer diese Leier, die der Kodex bereithält. Mir geht dieser Kodex auf die Nerven. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und die beiden streiten sich jetzt nur darüber, denn Shane und er, sie verstehen sich so an sich aber ganz gut. Aber Shane ist schon jemand, der sich sehr, sehr stark an die Regeln hält. Und er sagt jetzt, ich will jetzt meine Ruhe haben. Geh weg. Geh in dein Zimmer. Lass mich alleine und raus. Und dabei mein Shane ist eigentlich nur gut. Ja, und Brett sitzt jetzt hier verzweifelt und denkt wahrscheinlich an Gwen. Und ja, jetzt haben wir schon ein Stückchen mehr rausgefunden, was die Bruderschaft angeht. Die Bruderschaft lebt nach einem strengen Kodex, wo es heißt, dass man sich nicht verlieben soll, sondern wirklich nur seine Pflichten als Magier und als Hexer nachkommen soll. Ähm, und Brett ist natürlich jetzt, denke ich, ein bisschen verzweifelt und weiß nicht so wirklich, was er jetzt wirklich machen soll. Obwohl er natürlich, ne, Gefühle für Gwen hat. Wir können ja mal gucken, ob wir hier ein paar Zaubert, äh, Makaroni und Käse zu bereiten. Geil. Wir können ja hier mal ein bisschen experimentieren. Brett hat auch gerade die Fitnessfähigkeit erworben. Und mal gucken, ob wir hier einen Zaubertrank herstellen können. Denn wir sind ja auch Magier, so ist es nicht. Bloß noch ein bisschen unterlevelt, aber darüber sehen wir ihn weg. Und wir schauen mal, was er hier beim Experimentieren hier rausbekommt. Der Kessel brodelt, der Holzlöffel ist mega groß. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und wie Brett verfahren wird gegenüber Gwen. Ob er das ihr auch sagen wird, dass er eigentlich sich nicht verlieben darf, dass da eventuell noch Komplikationen kommen werden. Ähm, denn der Kodex besagt ja, wie gesagt, sie dürfen es nicht. Sie sind junge Männer, die eigentlich sich auf ihre Studien konzentrieren sollen und nicht, um zu flirten. Ich denke mal, da wird noch einiges, einiges passieren. Warum fühlt ihr euch hier unwohl? Was ist hier los? Habt ihr eigentlich hier schon Essen gemacht? Sehr schön. Du kannst mal hier zum Essen rufen. Äh, zum Essen rufen. Sehr schön. Warum geht's dir denn so schlecht? Er ist wütend, ne? Streitverlierer, ja. Er ist wütend, weil er sich mit Brett gestritten hat und er hat den Streit eindeutig verloren. Und ja, das hat schon, denke ich mal, so ein bisschen an seinem Ego gekratzt. Brett übt hier immer noch fleißig und experimentiert, im Gegensatz, wo die anderen unten jetzt essen werden. Ich bin aber mal gespannt, ob Shane es den anderen auch erzählen wird oder ob, ähm, Shane es erstmal für sich behält, dass Brett, ähm, sich heimlich mit Gwen trifft und ob er das, äh, für angebracht hält, es den anderen aus der Bruderschaft zu erzählen. Ähm, sie sitzen alle hier, sie sind alle sehr pflichtbewusst. Er ist aber immer noch super wütend. Super, super wütend. Ähm, ja, und die anderen kriegen das natürlich mit, ne? Er fühlt sich auch unwohl. Er sieht, Leander sieht Shane an, was ist los? Er wird ihn mal fragen, versuchen zu beruhigen. Was ist denn los? Was ist passiert? Und die anderen kriegen das natürlich jetzt auch mit und fragen natürlich auch nach, hey, was ist los? Warum bist du so wütend? Wir müssen über diese Stimmung reden und Shane wird es natürlich jetzt trotzdem sagen und wird sagen, hey, ich habe mich gerade furchtbar mit Brett gestritten. Brett hat jemanden kennengelernt. Ähm, ihr wisst ganz genau, der Kodex erlaubt es nicht. Wir dürfen nicht jemanden kennenlernen. Und ja, Nathaniel denkt sich so, ja, darüber will ich mich jetzt nicht unterhalten. Ich habe andere Probleme. Ähm, und die beiden anderen sehen das genauso, denke ich mal, und sagen, hey, wir wissen ganz genau, der Kodex, ähm, erlaubt es nicht, dass wir uns verlieben dürfen oder jemanden generell kennenlernen dürfen. Und was machen wir denn jetzt? Das kann doch nicht sein. Und wir müssen Brett davon abhalten. Aber Shane sagt, ich glaube nicht, dass wir ihn davon abhalten können, überhaupt irgendwie Einsicht zu zeigen. Denn so wie wir uns gerade gestritten haben, ja, wenn man vom Teufel spricht, wer kommt da? Ne, Leander wird ihn gleich ansprechen und fragen, hey, Brett, was ist denn hier los? Wen hast du kennengelernt? Du weißt ganz genau, dass wir das nicht machen dürfen. Wir dürfen nicht, ähm, uns auf andere einlassen oder jemanden zu nah ranlassen. Dazu ist der Kodex und unsere Familie zu sehr in dieser ganzen magischen Welt vereint. Und ja, die beiden streiten sich jetzt auch und sagen so, hey, wie kann es sein, dass du jemanden kennengelernt hast? Du weißt ganz genau, dass wir das nicht dürfen. Und Brett sagt so, ja, was soll ich denn machen? Sie ist mir in der Bibliothek über den Weg gelaufen. Und wenn ihr sie kennenlernen würdet, dann würdet ihr ganz anders denken. Und ihr könnt überhaupt gar nicht so denken. Und ihr kennt sie überhaupt gar nicht. Und mir ist langsam dieser ganze Kodex egal. Ich will mein eigenes Ding machen. Der Kodex ist einfach nur noch streng und veraltet und verbittert. Und ja, irgendwie sind sich ja alle nicht so ganz einig. Sie versuchen sich trotzdem zu beruhigen und zu sagen, hey, er wird natürlich jetzt von ihr auch reden und sagen so, hey, lernt sie doch einfach kennen. Lernt sie kennen, bevor ihr urteilt. Vielleicht gibt es ja doch einen anderen Weg, irgendwie die Bruderschaft zu umgehen. Und ja, ich denke mal, alle drei oder alle vier werden den Streit bzw. die Diskussion, ich denke mal, eine Diskussion ist vollkommen normal unter Mitbewohnern. Und das sind ja hier Cousins, die, ja, Diskussion einfach auf den nächsten Tag vertagen. Aber Aaron ist, glaube ich, jemand, der noch am neutralsten mit dem Ganzen umgeht. Ich glaube, Aaron und er sind sich, ähm, was das angeht, ähm, sehr, sehr ähnlich. Denn Aaron ist auch so ein kleiner Ausreißer. Genauso wie Brad. Dass er, ähm, was den Kodex angeht, doch sehr, sehr locker ist. Und dass er, naja, er sieht das Ganze nicht ganz so streng. Und vielleicht ist auch Aaron derjenige, der ihm sagt, hey, hör auf dein Herz. Und ja, Shane kommt auch nochmal hinzu und sagt, hey, es tut mir leid, dass wir uns so doll gestritten haben. Aber du weißt ganz genau, ich lebe nach dem Grundsatz des Kodex und wir können einfach nicht. Aber auf der anderen Seite, vielleicht sind sie auch einfach alle nur ein bisschen, ja, vielleicht sind sie auch alle ein bisschen neidisch, dass Brad immer das macht, was er macht und was er will. Und dass er wie so ein, ja, er ist so ein kleiner Freigeist. Und ich denke mal, dass die anderen doch ein Stück weg ein bisschen schon ihn beleiden, was das angeht. Ihr könnt mir ja immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob die anderen neidisch sind. Äh, neid hört sich auch so krass an, aber ob die anderen vielleicht ein bisschen ihn dafür bewundern, dass er sein Ding macht. Vielleicht wollen die anderen sich auch einfach verlieben. Und vielleicht haben die anderen einfach nur Angst, was mit der Bruderschaft passiert. Wer weiß, wenn die Ältesten kommen. Wir wissen ja noch nicht so ganz genau, was die Familiengeschichte dieser jungen Herren hier, ähm, noch in sich trägt. Ähm, Nathaniel ist auch wieder zu uns gestoßen, sehr schön. Vielleicht musste er auch das erstmal alles schlucken lassen. Und er wird jetzt auch noch mal ein bisschen mit Brad reden. Ähm, und über die Interessen reden. Und ihn selber auch noch mal fragen, hey, was ist denn da jetzt genau passiert? Und hör auf. Weil im Endeffekt halten eigentlich alle Cousins sehr, sehr, sehr zusammen. Und sie haben eine sehr, sehr, sehr tiefe Verbindung miteinander. Und er wird Nathaniel sich auch noch mal erklären. Und ihr erzählen, hey, pass auf, so und so sieht das aus. Und ja, im Endeffekt wollen sie ja eigentlich nur, dass Brad, also jeder untereinander will, dass alle miteinander glücklich sind. Oh, wir müssen gleich in die Schule. Wir haben die ganze Nacht hier gequasselt. Ich habe hier alles total vergessen. Ähm, er will freundlich zu Aaron sein. Das kriegen wir safe hin. Ähm, und über die Lotterie singen. Ne, wir wollen nicht über die Lotterie singen, oder? Wir haben ein Lotto los. Wir können das mal hier auch weg machen. Die Lotterie weg hier, weg hier, weg. Ich finde, habt ihr schon mal die Million gewonnen? Schreibt mir das mal in die Kommentare, Chat, ob ihr schon mal gewonnen habt bei der Lotterie. Also ich habe tatsächlich noch nie in der Lotterie gewonnen. Ähm, Brad ist nichtsdestotrotz sehr glücklich. Er, ähm, scheint sich glaube ich zu freuen, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist. Er hat es ja doch schon eine ganze Weile geheim gehalten und hat ja den Jungs nicht wirklich was dazu gesagt, ähm, wie er jetzt zu denen steht, beziehungsweise was er die ganze Zeit gemacht hat. Die Jungs haben es natürlich mitbekommen, dass, und sie kennen natürlich Gwen vom Sehen her auch. Gwen hat ja einige schon kennengelernt. Gwen hat ja Shane schon kennengelernt und ja. Warum sieht er eigentlich auch aus wie ein Pilot? Hat er den Job als Pilot? Ach, er ist Leutnant. Krass. Er ist beim Militär. Crazy. So, was bist du? Studienprogramm online. Was ist hier los? Muss zur Arbeit, zur Arbeit gehen. Was arbeiten die denn hier alle? Ich bin ja ganz verwirrt. Ich hätte das mal vorher gucken sollen. Wagemutiger Refenderar. Refenderar. Komisches Deutsch. Karriere einschlagen. Er muss auch eine Karriere einschlagen, oder? Ja. Und er arbeitet als Leutnant. Okay. Okay. Warum gehst du nicht zur Arbeit? Keule? Was ist hier los? Achso, weil er erst um neun zu arbeiten muss. Mensch, Chris, mach die Augen auf. Was ist denn hier los? Aber die beiden, ähm, unterhalten sich. Wo ist unser Brett? Ach, da ist Brett. Was hat Brett eigentlich hier für Bedürfnisse gerade? Er muss pipi. Denn ab dafür. Brett hat jetzt, äh, nichts weiter, aber wir können mit Brett gleich mal in die Schule fliegen. Ähm, und dort mal nachschauen, was dort alles abgeht. Hat die Feinspecker-Fähigkeiten erworben. Sehr schön. Und er ist zur Arbeit. Er kann dann mal fleißig arbeiten. Ja, ja, ja. Lebensunterhalt muss schließlich auch finanziert werden, ne? Er geht gleich arbeiten. Perfectly. Und die beiden, er geht auch zur Arbeit, oder? Ähm, zur Arbeit gehen. Ab dafür. Du gehst auch zur Arbeit. Und wir fühlen uns sehr unwohl, weil wir uns gleich in die Hosen pieseln. Na denn, ab dafür. Geh mal in die, äh, auf die Toilette. Warum gehst du da nach oben auf Klo? Hier unten ist ne Toilette. Das Henny ist zur Arbeit gegangen. Sehr schön. Und was macht er hier? Achso. Er geht auch zur Arbeit, aber post. Okay. Strike the post. Ich hab die Posen wieder drin. Ich hab die Posen wieder drin. So, wir werden angerufen. Kämpfe. Ein Lehrer musste heute auf den Flur einen Streit zwischen Aaron und einem anderen Schüler schlichten. Was sollen wir tun? Die beiden sollen sich das, sollen sich das unter sich klettern. Können wir mittlerweile nur eine Auswahl tätigen? Ich bin da so ein bisschen verwirrt, warum wir nur eine Auswahl tätigen können. Aber wir reisen jetzt mal in das Reich der Magie und werden mal schauen, ob wir da auch ein bisschen, ein bisschen nach Folianten oder ein bisschen Zaubertränke üben können. Und schau mal, wie er sich so in der Schule schlägt. So, wir sind hier in der Schule angekommen. Die Schule kennen wir ja schon, ne? Auch er besucht sie. Und vielleicht sucht er auch gerade ein bisschen Zuflucht oder Ausflucht, sag ich mal so. Ähm. Oh, Gwen meldet sich auch schon bei uns. Ich habe gehört, dass du dich mit Aaron Ice angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, er wohnt auch bei uns. Nach Folianten suchen. Ähm. Ich glaube, er braucht einfach mal. Shane ist zur Arbeit gegangen. Ab dafür. Vielen, 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 vielen Dank. Ähm. Und ja, ich glaube, er sucht ein bisschen Ausflucht jetzt auch von zu Hause und will einfach jetzt, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen seine Ruhe haben. Und ja, wir können ja mal entscheiden, ob unser lieber Brad, das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob er auch ausgiebig nur mit dem Besen fliegen soll oder ob er so fliegen kann und ob er mit dem Zauberstab zaubern soll oder ob er mit seinen Händen weiterhin zaubern. Das könnt ihr, da wäre ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, unser lieber Brad, ähm, ähm, erfreut sich jetzt hier gerade oder sucht gerade einen Folianten. Und wir müssen eigentlich auch mal ein bisschen gucken, in welche magische Richtung er geht. Wir können ja hier nochmal experimentieren. Kommen wir dorthin? Nee, oder? Irgendwie gibt es hier keinen Zugang. Ich weiß nur noch nicht, wie. Wie kommen wir denn hier in diesen Raum? Können wir da reingehen? Hier hingehen? Geht ihr da hin? Ah, weil wir hier keine Tür haben, oder? Easy. Ach, deswegen kommen wir da nie hin. Okay, aber wie kommen wir denn da hin? Ach so, können wir hier hingehen? Hier hingehen. Funktioniert das? Nee, wir kommen da anscheinend nicht hin. Ich muss mal gucken, wie wir das am besten fixen können, so dass wir natürlich, obwohl hier ist auch die Tür, aber wieso können, ach so, vielleicht funktioniert das nicht. Naja, ist ja auch Wurschti-Murschti. Was machen wir denn da? Wir machen ein Schläfchen. Mhm. Wir machen ein Schläfchen. So, hier wird geübt. Hier können wir mal zugucken, was hier so passiert. Ein Duell, ein magisches Duell. Ab dafür. Oh, 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 oh. Wer gewinnt? Brett schaut sich das Ganze mal an. Brett war ja auch schließlich, oder beziehungsweise eine Cousin, sie waren schon lange nicht mehr hier in der Schule, denn sie haben ja die ganze Zeit woanders gelebt und sind ja auch erst vor kurzem nach Glimmerbrook gezogen, so wie wir das mitbekommen haben. Und ja, mal gucken, wer hier von den beiden das Game gewinnen wird. Oh, er hier hat gewonnen. Sehr schön. Leandro. Wir können ja mal das magische Duell beobachten. Okay, ist jetzt schon vorbei. Easy. Wir haben, das hätten wir mal Feuer machen können. Aber nun, wir können mal gucken, ob wir hier noch irgendwas ernten oder abpflanzen können. Beziehungsweise können wir ja auch mal woanders hinreisen, oder? Brett kann ja auch mal in die magische Winkelgasse reisen, oder? Ab dafür. Zauberallee besuchen. Rein da. So, wir sind jetzt in der Zauberallee und ich dachte mir so, ja, wir werden unserem Brett auch mal einen kleinen Begleiter kaufen, oder? Er wird sich auch einen Begleiter holen. Begleiter Orb des Raben, Flatterhasen des Schädels, und ähm, wir kaufen ihn mal des Rabens, oder? Ab dafür. Kauf dir das mal und wir schauen mal, was das ist. Es ist in unserem Inventar. Sehr schön. Begleiter an sich binden. Cameron. Das ist ein geiler Name. Wir haben uns einen Raben gegönnt. Gucken, wie der aussieht. Ist er jetzt an dich gebunden? Kommt der jetzt? Rabe? Wo bist du? Begleiter raussuchen bitte. Magie. Begleiter. Heraufbeschwören. Cameron. Oh, guckt mal, da ist unser Begleiter. Süß. Süß, süß, süß. Ja, und trotzdem, nichtsdestotrotz ist er hier in der Schule und er denkt so trotzdem immer noch an Gwen. Und ich glaube, wir werden ihr mal eine SMS schicken und ihr erzählen, dass wir jetzt einen Begleiter haben. Und ja, und fragen einfach so, hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag heute so? Warst du in der Schule? Ich war vorhin auch ganz kurz da und hab dich aber nicht gesehen. Und ja, er denkt zwar trotzdem an sie. Und was soll er machen? Er will Liegestütze machen. Na denn, ab dafür. Liegestütze hier mitten in der Zauberallee. Okay, flexen wir hier ein bisschen rum. Eins und zwei und 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 eins und zwei. Und ich glaube, auch wenn Brad ganz genau weiß, dass er sich nicht eigentlich auf jemanden einlassen darf, wird er aber trotzdem jetzt eine Reise unternehmen und wird mal zu unserer lieben Gwen reisen und mal schauen, wie ihr Tag heute so war. Eine SMS reicht ihm nicht. Er will sie sehen. So, da ist sie auch schon. Unsere liebe Gwen. Er will natürlich sie erstmal umarmen. Er will sie sehen. Vor allen Dingen das, was zu Hause passiert ist, dass er eben, er darf es ja nicht sagen, aber genau aus diesem Grund will er ihre Nähe jetzt sehen, weil er ganz genau weiß, dass er das eigentlich nicht darf. Aber er kann ja auch nichts dafür tun oder nichts machen. Und ja, er freut sich eben, Gwen zu sehen. Und... Ibishi. Und erstmal umarmen. Und er hat Angst, sie glaube ich, zu verlieren, weil er empfindet doch schon ziemlich viel für sie. Brad hat erfahren, dass Gwen in den folgenden Lebensstilen verfolgt. Enger Zusammenhalt. Ja, er erzählt ihm von seinem Tag, dass zu Hause alles ein bisschen schwierig ist und... Er einfach hierher wollte und sie sehen wollte. Und er kann mal ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Ähm, die aber auch erzählen, dass er sich angezogen fühlt und... ...alles im Moment nicht so einfach ist und... ...er einfach nur den Drang nachgegangen ist, sie zu sehen. Oh no, ist das unsere Mom? Mom, ähm... Guck mal, woanders hin, bitte. Danke. Ist das unsere Mom? Amber Nippon. Ja, es ist unsere... Okay, sie läuft da an uns. Tschüss, Mom. Du musst sie nicht sehen, dass wir hier gerade... Mhm, tschüss. Wiedersehen. Okay. Okay. Oh la la. Was ist denn hier los? Look at him. Guckt euch die beiden Mausis an. Sind sie nicht süß? Sie sind schon süß, oder? Wo soll das nur enden mit den beiden? Er darf sich nicht in sie verlieben. Und Gwen ist gerade dabei, sich in ihn zu verlieben. Und er eigentlich auch. Aber er weiß, dass die Bruderschaft dahinter steht. Und... Oh mein Gott. Das riecht nach einem... Aber sie massiert ihn auch schon. Okay. Ich lasse die beiden jetzt einfach mal machen. Nee, 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 nee. Nicht einfach nur so machen. Na, na, na. Was ist jetzt? Sie geht ins Haus rein. Warum gehst... Okay, du bleibst noch hier. Sehr schön. Können wir uns eventuell hier irgendwie im Garten nützlich machen? Weil wir brauchen noch, glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen frische Luft. So ein ganz kleines bisschen. Aaron ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Eine Leistung ist gerade noch befriedigend. Ja, wissen wir. Er ist wahrscheinlich der Jüngste von den Cousins. So. Vielleicht können wir aber trotzdem hier noch ein bisschen was ein... Ein... Einernten. Einernten vor allen Dingen. Zitrone sammeln. Gwen, warum bist du einfach reingehauen? Du kannst doch nicht einfach reinhauen. Gwen! Okay, Gwen hat uns reingelassen. Und hier sind sie schon, die ganzen Mietzis. Hier ist eine Mietzi. Oh mein Gott. Freundlich vorstellen. Aber er kennt ja die Mietzis. Er war ja bei der Geburt live dabei. Kennenlernen. Oh mein Gott. Freundlich vorstellen. Aber er muss sie trotzdem hier erstmal alle kennenlernen. Ja, das ist Gwens Zuhause. Wir kennen es ja. Jetzt mit vier Katzen und einer Dame. Gut. Nathaniel hat 504 Simolions mit nach Hause gebracht. Oha. Aber wie wir sehen, die Bruderschaft ist natürlich nicht arm. Die Bruderschaft ist schon ein bisschen rich. Und muss sich um Geld nicht so wirklich Gedanken machen. Freundlich vorstellen. So. Du musst ja alle Katzen bitte kennenlernen. Ach du heiliger Bim Bam. Was ist denn hier passiert? Komm, wir machen mal das Katzenklo hier netterweise sauber. So viele Würstchen hier drin. Ich kriege einen Föhn. Ich kriege einen Föhn. So. Unser Brett genießt hier noch mit einem Stückchen Pizza. Das, äh, den gemütlichen Nachmittag. Mit unserer Gwen. Und, ja, kuscheln. Und, ja. Er möchte gerne trotzdem ihre Nähe spüren. Und sie sehr, sehr, sehr gerne küssen. Denn die Anziehung zwischen den beiden ist wohl doch größer als die Vorschrift. Und des Kodexes. Ähm, warum kommst du hier nicht her? Boy. Hier hingehen bitte. Dankeschön. Ähm. Ja, sie fragt uns jetzt nach einer Verabredung. Ähm. Wir sind genau vor dir. Wir sind hier. Hallo. Hallo. Girl. Was machst du? Also, mein Gott. Meine Sims machen hier nichts, was sie machen sollen. Können wir sie jetzt küssen? Bitte einen Kuss. Thank you. Bitte einen Küsschen. Ja. Du sollst jetzt nicht lesen. Du sollst Gwen küssen. Ach, wie ich es liebe. Wie ich es einfach liebe, dass meine Sims nie das machen. Ich finde immer so, diese romantischen Interaktionen mit meinen Sims gehen immer alle kaputt, weil meine Sims nie was machen, was sie machen sollen. So. Küssen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. 832 Simoleons. Crazy. So. Aber wir werden jetzt trotzdem langsam, langsam, langsam nach Hause gehen. Ähm. Denn wir wollen natürlich die angespannte Situation zu Hause nicht ganz überspitzen. Denn die Jungs sind schon misstrauisch. Und da wir jetzt auch gerade kokett sind, weiß ich nicht, was sonst noch alles passiert. Also wird es Zeit für uns zu gehen. Danke, Gwen, dass wir da sein durften. Wir werden uns ganz bald wiedersehen. Ich glaube, schneller als wir denken, werden wir sie wiedersehen. Und ja. Er wird jetzt mal nach Hause düsen. So. Die Rechnungen sind eingetraubt. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel wir für dieses Haus hier zahlen müssen. 16.000 Simoleons. Zum Glück haben wir so viel Geld. Er wird es jetzt mal überleben und wird sich jetzt hier, ähm, ein Stückchen von dem Essen hier noch nehmen. Bzw. es ist gleich, äh, verdauben. Dann können wir was Neues servieren. Wir machen nochmal Grillkäse. Und wird einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Den Jungs wird er natürlich, wenn er hier reinkommt und sie fragen, wie war dein Tag? So, was hast du heute Schönes gemacht? Da kommt er schon leer an da. Wird er natürlich sagen, hey, ich war den ganzen Tag in der Schule. Ich hab gelernt. Und ja, bin jetzt eben gerade nach Hause gekommen und werde uns Essen machen. Hast du Bock auf Grillkäse? Er sagt so, ja, auf jeden Fall. Mega cool. Danke, dass du Essen machst. Da kommt auch schon Shane, gerade frisch von der Arbeit zurück. Er ist traurig wegen dem Essen. Oder warum? Ne, jetzt kannst du mal aufräumen, bitte. Nichts davon essen. Und ja, auch er wird fragen, und, wie war so dein Tag heute? Und Brett sagt so, ja, ja, ganz okay. Ich war nur in der Schule und hab ein bisschen gelernt. Und die anderen denken sich natürlich, ja, konzentrier dich auf deine Ausbildung. Konzentrier dich. Und ein großer, mächtiger Magier zu werden. Und ja. Und ich würde sagen, mit diesem doch sehr vertrauten und doch sehr fremden Anblick werde ich diesen Part hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie es weitergeht. Und fandet es gut, dass ihr mal einen kleinen Einblick in die Familie der Bruderschaft geworfen habt. Beziehungsweise, dass wir da ein bisschen mehr reingucken konnten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Brett und Gwen ihre Liebe anscheinend ein bisschen verheimlichen müssen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch ein paar hat gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ab dafür. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris von Sims Arrow. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020